Gamescom Tag 3 So Leute, wir haben schon Tag 4, Alter, ich hab übel vergessen zu filmen Was geht Leute, Tag 2 Was geht Leute, wir kommen zum Fazit Das ist so arschig von mir Vielleicht irgendwann Crater und ich kann dann so eine Spiele antesten Was geht Leute, wir sind heute auf der Gamescom Da vorne ist Hassan der Fettsack mit dem Manson Jansen Wir sehen uns Döner am Ende Der Döner zieht durch 42 Maschine Kommt noch 5 Sekunden hast du eine Minute Eine Minute Was geht Leute, wir haben gerade gegessen Ich bin richtig schlau, mein Akku ist unter 50% Es ist 15 Uhr Perfekt Bis jetzt, Gamescom ganz cool Junge, da vorne ist einfach Gothic Remake Ich hoffe man kann das irgendwie zocken Das wäre unnormal geil Jetzt drehen wir für Hassans Video Dragon Ball Lightning Sparkling Zero Lightning wahrscheinlich Digger, ich freu mich richtig auf das Spiel Ich hab übel Bock darauf Ist das so? Wieso sieht das so lustig aus bei denen? Seid ich dir jetzt fest? Ich freu mich da machen Was? Ja Junge, ich bin auch so gehypt, ja Kuckst dir an, Digger Wo geht da? Nicht mehr Wer hat auch Bock zu zocken? Schreibt es in die Kommentare Crispy Rock Crispy Rock Crispy Rock Crispy Rock Oh my peace Oh my peace Oh, das klingt noch was, oder? Ja, da ist es Heute bleibt so Aber wenn ihr mal geht Die immer gewinnt Kommt dein Herz Du musst die Landerwink Ich hab's noch nie geguckt Gemeinsam sind wir stärker Wo werden die Welt gefahren? In deinem Traum werden wir gefahren Jeder die Welt stellt in die Gefahr Alles was wichtig ist Willst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist Ja, greif nach den Scherlen Du bist bereit Glauben dir die Fallen ist es soweit Wir werden bei dir sagen Sei bereit Oh, mein Gott Entdeck 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 Wir müssen die Kampen schillen Und die Welt, müssen uns Sögemann untergehen 1. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. Wir waren gestern auf der Bootshaus im Anime-Ding von Chris & Rob. Geisteskrank. Auf jeden Fall mein Highlight von der Gamescom. Megageil, hat übel viel Spaß gemacht. Hat den Spaß meines Lebens. Dementsprechend bin ich tot. Ich bin komplett im Arsch. Ich hoffe, sie verliere. Ja, die wird im Arsch sein wegen der Lichtfalle. Ich hoffe, man versteht mich. Es ist übel laut. Hassan nimmt die Challenge sehr ernst. Ich bin euch ehrlich. Nach Bootshaus gestern habe ich gar keinen Bock. Ich werde jetzt Gothic spielen gehen. Weil ich werde das ausnutzen. Und ich werde mich da jetzt schön in die Reihe setzen. 2-3 Stunden warten. Scheißegal. Und noch sehr ganz viel. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein unfassbarer Dulli ich bin. Mein Orientierungssinn. Ich war jetzt in Halle 9, 6 und 7. Und ich habe es einfach vollkommen verkackt. Aber ich habe es gefunden. THQ Nordic Degang. Mit einem Kofik Remake. Das war ein bisschen Sega-Action. Shadow. Aber sind wir ehrlich. Sonic ist seit 20 Jahren scheiße. Okay, hätte ich gestern machen müssen. Da war die Schlange auch schon lang. Aber das wäre scheiße auf. Marianne am anderen Tag. Jetzt ist die Schlange gottlos lang. Das sind 3 Stunden. Und ich habe zwar gesagt, ich will chillen. Aber ich habe mir gerade ein Energy geklappt. Ähm. Nein, Digga. Ich kann das nicht. Ich warte bis das Remake kommt. Vielleicht irgendwann Creator und ich kann dann so eine Spiele antesten. Guck mal. Das ist so arschig vom Ende. Oder bist du arschig? So Leute, was geht ab? Wir wollten ins Experion. Da waren zwei Mädels, die Ballons geballert haben. Zug völlig verwirrt gewesen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall haben wir wegen Reden vercheckt, auszusteigen. Jetzt wollten wir eine Station zurückfahren. Es ist eine Station. Der Fußweg wird in 38 Minuten. Fährt hier den Zug ein. Komplett leer. Hoffentlich Einsteig, Alter. Chillig. Games kommt Tag 3. So Leute, wir haben schon Tag 4, Alter. Ich habe es übel vergessen zu filmen. Ihr wisst Bescheid. Ich kenne mich. Wir machen gleich das Auflösungsvideo für Hasan. Ich muss auch sagen, 4 Tage ist anstrengend. Irgendwie 70.000 Schritte gemacht oder so. Oder fast 100.000 Schritte. Vielleicht nächstes Jahr als Creator mal gucken. Da sehe ich mich. Ey, ey. Du hast mir gerade ein Versprechen gegeben. Das war unter uns. Aber nächstes Jahr habe ich gesagt, Hasan und ich auf einer Bühne. Was geht, Leute? Wir kommen zum Fazit. Ja, wir sind von der Gamescom wieder da. Ich konnte viel weniger zocken, als ich wollte. Nächstes Jahr bin ich definitiv mittwochs da. Fachbesucher. Weil es gab doch viele Spiele, die ich zocken wollte. Aber ey, komm. 3 Stunden warten ist halt wirklich. Weiß ich nicht. Das ist mir der nicht wert. Ich habe einfach nicht die Geduld. Ich habe mich gefreut, so viele von euch zu treffen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch da seid. Wenn ihr noch hier seid, da kommt Andi sogar runter. Hallo. Hi. Hi. Ich bin im Fernsehen. Bahnhofskind. Mach mal die Tür zu, ey. Das sieht aus wie Scheiße hier im Hintergrund. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nächstes Jahr auf jeden Fall ab Mittwoch am Start. Und wir sehen uns auf der Polaris, Leute. Peace. Smash. SMASH